so gehen wir nach unten nein die einfach geradeaus weiter ich kann doch steuerung was du siehst ja ich hatte jetzt auf twitter gelesen von leuten die jacuzakos hausmann den manga gelesen haben und die meinten also so langsam wird es langweilig das läuft doch gut weil es ist immer und immer wieder dasselbe aber jacuzakos hausmann das sind ja mehr oder weniger so kurzgeschichten zusammengefasst als manga es muss doch möglich sein was er keine main story im hintergrund mit dem kran dort können wir eine brücke bauen okay das ist schon hübsch und so viel geiles hier zack hängt er oben am kopf lol ok das ist schon cute er möchte darin aber ich kann bock so dass ich den rockern auch ohne andere personen gesteigen kann in der regel mit bis hier aber wieder du kannst rein rein theoretisch ich bin ausgeglichen musst du versuchen auch sein er ist ja normal wir brauchen module zum upgraden der drohne fest verschlossen aber das hacking gerät sollte das im handumdrehen schaffen aber ich habe keine gegen gerät schweig haben die 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 Es ist tatsächlich was geploppt. Oh geil, Alter. Ah, das ist das. Guck, wenn sie es gefunden hat. Sehr schön. Jemand hat die Teilnahme zurückgezogen, what the fuck. Dosen sammeln, wenn du verschiedene Leute auf der ganzen Welt erkommst, kannst du versteckte Dosen finden. Oh nein, das ist ein Stormblood Raid. Okay, es können Sachen passieren, okay. Ah, nevermind. Das ist ein Stormblood Raid. 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 Okay, das Ding. Ich will doch safe sterben. Hä? Ich hab nicht gepullt. Okay, man. Ich halt zu weit weg. Oh wow, es hat tatsächlich einen Healer mit dem Tank Buster gekuschelt. Das ist ein Stormblood Raid. Das ist ein Sack. Ich hab nicht geprüft. Ich hab nicht geprüft. Das war's für heute. Ja, okay. Oh. 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 Nicht die vielen Materialien. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt war. Kann ich das Hecker-Modul machen? Oh Gott, richtig, da war ja was. Adam, ich hab da eine Frage. Welche denn? Die Hyperzelle. Wenn sie die Halle der Aufzeichnungen bis jetzt betrieben hat, muss sie eine riesige Energiequelle sein. Ja, dagegen ist selbst eine Fusionszelle nichts. Und wofür brauchst du dann diese ganze Energie? Oh, nun, das ist eine längere Geschichte. Ich werde dir mehr erklären, wenn wir dafür Zeit haben. Verstanden. Laut und deutlich. Oh nein. Hörst du mich noch? Ja. Okay. Ist es gut schon wieder da? Hm. Seltsam. Oh. Dafür brauchen wir wohl eine Schlüsselkarte. Genauer gesagt, drei. Wenn man sie für den Kran braucht, müssen sie in der Nähe sein. Welche ist wohl am nächsten? Hab doch schon eine. Ja, die ist doch schon auf. Die ist doch schon auf. Okay. Lass dir Zeit. Die hab ich schon gelootet. Schlüsselkarten für den Kran. Okay, das heißt, hier ist eine. Okay, das heißt, die haben wir ja schon. Das heißt, da hinten. Wir müssen irgendwie zur anderen Seite. Wir können mit dem Kran eine Brücke ziehen. Wir können mit dem Kran eine Brücke ziehen. Wir können mit dem Kran eine Brücke ziehen. Ich bin ein bisschen zu schirm. Okay. Ich bin krach. Ich bin krach. колbeiztor Böhr. Ich bin krach. Ich bin krach. Nein. Super. Ich bin krach. 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 Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, hier haben gerade drei Leute den Stab aus Stormlord hier von dem Mond, auf einer Mondprüfung. Bist du stark? Bist du stark? Den, den du mir zum Geburtstag geschenkt hast, dem Mondsterb. Ja, der sollte bis zu stark. Ja, von der Prüfung haben halt hier gerade drei Leute die Waffe davon als Projektion. Das ist halt heftig. 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 Jetzt kommt die Feuer-Lady. Hey, hier ist jetzt noch so eine Waffe davon. Oh, oh nein, oh, oh, ich glaube, das... Oh, nee, vielleicht sind das doch nicht die Waffen. Ich glaube, das sind die neuen Links-Waffen. Die sehen also ähnlich aus. Shit. Oh, 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 oh. Okay, Fallschaden ist halt heftig. Das ist ein Aufzug in die oberen Ebenen. Ohne Strom bewegt er sich nicht. Ja, die Tanks können sich nicht einigen, wer jetzt den Boss betankt. Doth, es gibt einen Generator. Nein! Ach, das Game... Okay. Oh, der kleine Baumut da hinten... Der Aufzug sollte funktionieren. Ja. Ja, dann fahren wir mal, oder? Wenn er ernsthaft ziehen muss, dass sie auch da hinten hin pullen, ne? Jetzt muss... Wow, was für eine Aussicht... Wie es wohl vor dem Krieg hier ausgesehen hat. Was stellst du dir denn vor? Nun, es gab wohl intakte Gebäude, wohlgepflegte Pflanzen und lebende Menschen. Das war's. Dir mangelt es an Fantasie. Andererseits... Du warst noch nie hier? Stell dir belebte Straßen, reine Luft und überall lächelnde Menschen vor. Hast du sowas überhaupt schon einmal gesehen, Adam? Ja. Vor langer Zeit. Ich stehe unter ihr. Eve, können wir aufbrechen? Ich hab mir versucht vorzustellen, was du erzählt hast. Gar nicht so einfach. Gehen wir. noch eine. Oh Gott. Okay, aber, äh... Hä? Oh, sag nicht, ich bin jetzt hier da hinten! Ah, hier. Okay, um wo kann ich mich da ranklingen? Jemand hat den 50 Sekunden selber angemacht für den Pull, what? Okay, warte mal. So. Ich sehe das doch richtig, oder? Okay, das darf man nicht. Alles klar, hab verstanden. Okay. Nein, da darf ich nicht ranklingen, okay? Schade. Da ist so ne kleine Abkürzung hier. Wie viele sagen, das Game ist ja easy. Das Beste, was ich gelesen habe, ist, auf normalem Modus-Modus spielt kein Sinn, du musst es auf Story-Modus spielen. Ja, du... Story-Modus, nein. Ah, shit, sie ist es. Oh Gott. Ich dachte, ich hab das Ding, aber derweil war sie es. Oh mein Gott, Alter. Äh... ... Ha! Hat geschmeckt. So, na hier. Hä, ich bin einer ausgestimmt. sie haben wir schnell auf was sie tut es so schwer Oh, I'm dead 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 wie komme ich da hin ich weiß immer noch nicht wie der fallt hier vom schnuckel aber immerhin überlebe ich ganz knapp überlebt überlebt es ist mich verkehern Ähm. Hm. Okay, aber. Er macht endlich zuerst das Ding. Warte, bin ich verwirrt. Oh shit, er springt. Ja, komplett verwirrt. Äh, warum bin ich jetzt gestorben? Ach, nett. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Okay, da ist ein Eilf drauf, okay. Ähm, hier. Ja, hier geht's doch. Okay. Und... Ich habe eine Hefform. gut steck sie in die steuertafel ne mach ich aber nicht steck die jetzt nicht in die steuertafel ich geh jetzt hier lupen da kann ich nicht lang aber du kannst hier lang nein wer hat den jetzt hier nicht gewählt wir stehen gerade seit knapp zwei minuten hier ist noch vier leute aus unserem team mit irgendeinem kackdut hat nicht gewählt auf diese kackdinger ja normal bei dem ich glaube ich habe nichts davon abbekommen na danke habe ich schon wieder nicht geschafft ich habe nur klamotten bekommen das ist mal gegen die mauer laufen ach so okay das luftschiff ist noch zwei stunden unterwegs so und hier jetzt ganz vorsichtig runter hier kann ich stehen da fahre ich nicht runter vorsichtig umdrehen und ab zur kiste so so naja ich sehe die division hier drin so ist gleich jetzt sogar grün wenn du noch upgrade hast so aber 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 so 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 okay jetzt hättet ihr wieder ändern können ich stehe doch im lager oh Strategie Materie 5 Okay Wait, wait, wait w � w 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017